Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen wieder zu meinem Kanal. Carina hier. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich, dass ich heute mit euch reden kann und euch heute sehen kann. Das heißt, ich sage euch, ich sehe euch, weil ich euch sehe, weil ich sagen will, dass wir reden müssen. Das heißt, wir müssen reden miteinander, um zu sehen, wie wir leben wollen. Dieses Video ist darüber, wie wir Helfer werden und was Helfer ist und was es bedeutet, Helfer zu werden. Das heißt, wir müssen verstehen, was Helfer sind und wo Helfer gelebt haben. Das heißt, Helfer sind wir immer schon gewesen und deswegen gibt es ein zweites Video heute dazu, wo ich darüber reden werde, was Twin Flames waren und was Twin Flames sind und ich will nicht unbedingt in diese Twin Flames Rede rein wollen, weil ich sage, wir brauchen unsere Twin Flames nicht, aber wir haben ganz viel zu lernen durch unsere Twin Flames und können verstehen, wer wir sind. Das bedeutet, was es ist und was es ist und da mag jemand sagen, das ist eine spirituelle Krankheit und das ist sie. Und deswegen sage ich in diesem Video, Helfer sind Helfer gewesen und sind hohe Helfer gewesen, weil sie Helfer des Rechtes waren. Das bedeutet, Helfer sind immer jene gewesen, die in den Lebenden gelebt haben und gesagt haben, ich gebe das Rechtliche durch und gebe das Rechtliche durch und arbeite das Rechtliche hoch. Und das bedeutet, das sind Helfer. Das sind Helfer. Und damit können die Leute endlich verstehen, was Helfer sind. Und das ist ein kurzes Video und das wollte ich kurz gesagt haben und damit ist das Video schon durch und damit sage ich viel Freude damit. Ein schönes Video, ganz einfach, klein, kurz und gesagt und damit auf den Punkt gebracht. Und damit sage ich Tschüss und bis bald. guckt mich gerne. Ah ja, subscribe and like to my channel. Bye. Bye.